Wofür ist es jetzt Zeit? Was ist jetzt wichtig? Zeit zu lachen. Einfach wieder in die Lebensfreude zu gehen und in meine Herzenenergie zu gehen. Im jetzt, in diesem Augenblick. Es ist Zeit für ein großes Wort ins Leben zu bringen, nämlich für diese Wahrhaftigkeit. In einer Zeit der zunehmenden Isolation ist es Zeit zur Kooperation, Zeit sich zu verbünden und gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Ich denke, dass es jetzt Zeit ist für das oder das zu tun, was du schon immer machen wolltest. Es gibt immer wieder Dinge, die man immer vor sich her schiebt und irgendwann muss man die Sachen auch mal angehen und jetzt ist glaube ich genau der richtige Zeitpunkt dafür. Immer noch um die drei Z-Gehten. Zeit, Zubindung, Zärtlichkeit. Um für uns die Energieproblematik nachhaltig lösen zu können. Es gibt nur jetzt, es gibt nur Zeit, es gibt nur jetzt und das, was wir heute begreifen müssen, ist, dass wir aus dem Jahrtausendealten gegeneinander ins Miteinander kommen. Man macht nicht Revolution, indem man revoltiert, sondern indem man die Lösung bringt. Es ist jetzt Zeit und noch Zeit, positiv gegenüber zu stehen. Jetzt ist es noch Zeit, den Hausverstand einzusetzen, den Mut einzusetzen und den Anstand zu leben. Regionale bäuerliche Produktion noch stärker zu positionieren. Das Wichtigste ist, dass man dankbar ist und dass jeder kapiert, in was für einem schönen Land wir leben. Aus meiner Sicht, dass wir viel, viel mehr Energie in Lösungen investieren und nicht über Dinge nachdenken, die nicht funktionieren, die erhöht sind. Das Leben ist keine reine Bedrohung. Es gibt auch viele, viele Chancen. Deswegen fokussieren wir in diese Richtung. Wir sind dabei, reichmutige Menschen zu finden. Also Menschen, die reich am Mut sind, gibt es so viele im Land. Wir bündeln die Energien und gehen gemeinsam in eine gute Zukunft. Dazu laden wir ein. Vielen Dank.